Der legt da seine Munitionskisten an die beschissensten Stellen überhaupt. Was gibt es denn da, gibt es da was tolles? Ne, nur Kampus Schrauber und eine Panzerfaust. Das ist was für mich. Ich nehme jetzt mal den Bohrer mit, ne, nicht, dass du jetzt... Nimm endlich mal den Bohrer mit, hast auch recht. Und Start. Oder wollt ihr erst noch irgendwas platzieren? Warum? Hörski schiebt ihr doch von der Wild seine Schütze von rechts und links. Lukas, das da oben steht, das kann schön, dann können die zwei schön in Kreuzfeuer schießen. Oh, wie ich Fachausdrücke. Na, na, na? Guck mal, klug scheißen. Ne, wie sie er ist geguckt, ne? Ja, ah. Und letztens mal krank vor alles in Staffeln. Und letztens mal krank vor alles in Staffeln. Was mir so arschlangweilig war. Ach ne, das war, wo ich die Rückgeschmerzen hatte. Yo. Jetzt war das wieder. Du und deine Frage immer. Warum hab ich eigentlich noch was? Ich hab da nicht vermutet. Wow. Was geht? Ach, nicht verbluten, das ist ja das Einfachste überhaupt. Was sagst du? Was sagst du? Oh ja. Du sch***. Du hast verblutet, das ist uns noch keiner. Was sagst du? Was sagst du? Ich hab von ab. Auch drin. Gut, wieder zwei Punkte. Zwei Punkte? Ich glaube, da habe ich die Protöle aufweist. ich habe nur noch keinen cent in der waldschad gesteckt ich schon obwohl das hier hinten habe ich würde sagen dass er nachgeschützt mit ohne da oben ist noch eins der schwester mit kramaten müssen die elke mal sein kann man nur jungs die sind manchmal ganz schön komisch die ich werde es ja keine ich nehme den ausgang eingang luftgang 50 prozent der vision aber das kann man glaube ich bei der monster nicht vergessen ich habe schon 42 alle schönen ordentlich messer 9 schützen machen natürlich wenn du schießt klappt das natürlich jetzt haben wir hier gestern er schiebt wieder alles nur auf mich die zwei geschütze und die waldschadronen ach die man ihren schock ja ich habe auch daneben ach mit so viel wie du mensch das kriegs auch hier im haus in der hut achja ist ja nett die 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 которая ist jeder schoss gegen Eure johls die Totally Rикс wenn ihr das probieren wollt ihr so muggeln sobald der guck schießt geht der wert sofort auch nicht 2 Level gestiegen schon 2 Level gestiegen 2 Ihhh, das ist ja der Skorpion, der das nicht immer entschuldet hat. Das ist ja der Skorpion, der das veranstaltet hat. Obwohl, jetzt saß ich noch einer vor zehn Sekunden. Okay. Mission voll, ne, na ja, schaß drauf. Und welch? hier hinten noch ein cooler aufsatz oder unten ja also mit mumpeln bräuchte ich demnächst nochmal kannst du da haben wir sind hier hinten sollst du bekommen voll das letzte nester vorletzte blick los dann und dann kann ich das oder hinlegen den rest gewartet ach ja das war schalten sie einen sportion im nahkampf ich geh schon willst du das in der hand nehmen oder das und meinen finden aber ich versuche es gesprungen wer der empfindet den sie ein aber ich hab immer ein paar Westen, ne? Wer will. So, wer will. Fett, wer will, ich brauche. Ja, ich auch. Skorpion, der hat sich ganz schön heftig gewehrt. Gewehr ist. Ja, ich muss das. Ja, ich habe wieder, ich kann nicht mehr. Ja, ich bin nicht unbedingt hierherr, ich bin ein paar. gut lukien lichter was für deine knifte brauchst knifft knifft luk hat sich doch andere knarre geholt die lichter holo wer darf bei uns überhört ich weiß nicht der zentriker auf jeden fall aus ganz schlimmer